Musik Also, wir sind hier am Beginn des Besuchs in den Vatikanischen Museen, am ersten Tag unserer Wallfahrt. Wir sind ohne Schwierigkeiten durch den römischen Verkehr aufgrund der Leistung unserer Polizeifreunde hergekommen. Und die erste Gruppe begibt sich jetzt in den Eingang. Wir haben erreichen können, dass wir dort speziellen Zugang für Rollstühle auch bekommen. Ob das bis in die Sistina hinein reicht, muss man sehen, weil da einige Stufen zu überwinden sind. Aber wir haben das vorher erkundet. Zwischendrin wird es heute an einem der besonders besuchten Tage der Museen sicher zu Staus kommen. Aber darauf sind wir eingestellt und freuen uns jetzt auf einen schönen Besuch.